Heute zeige ich euch, wie ich Real Cookie Banner einstelle. Ich habe schon ein Video erstellt, in dem ich erzähle, warum ich Real Cookie Banner empfehle, warum ich nur noch das nutze und warum ich darauf umgestellt habe. Das könnt ihr euch super gerne anschauen. Wenn ihr euch aber schon entschieden habt, dann seid ihr hier genau richtig und jetzt stellen wir es mal zusammen ein. Dafür habe ich hier eine WordPress-Installation vorbereitet und bevor wir irgendwas machen, egal was, gehen wir hier erstmal in unser Updraft. Habe ich vorbereitet und machen eine Sicherung. Backup ist durchgelaufen, wir können installieren. Also wir haben Real Cookie Banner gekauft, wir haben das Plugin runtergeladen. Das ist eine ZIP-Datei und da können wir jetzt sagen, das möchten wir gerne installieren. Unter hier Plugins installieren und das hier ist wichtig, Plugin hochladen. Und ich habe das schon mal runtergeladen hier für euch. Das ziehe ich da einfach drauf und lasse das jetzt installieren. Genau, danach können wir das Plugin direkt aktivieren und jetzt ist das Plugin schon fertig und wir werden hier direkt weitergeleitet zu der Seite, wo wir die Einrichtung beginnen können. Das finde ich ganz schön, denn dann weiß man direkt, wie es weitergeht. Da würde ich jetzt auch direkt mit der Einrichtung beginnen. Also hier einfach mal draufklicken, Einrichtung beginnen. Backup haben wir ja gemacht, uns kann im Prinzip nichts passieren. Jetzt wird die Lizenz aktiviert und hier müssen wir noch abhaken, dass wir die Datenschutzerklärung gelesen haben. Ich kopiere jetzt mal die Lizenz rein und aktiviere das. Da kommen wir im Prinzip jetzt direkt hier raus. Das finde ich auch super schön gemacht. Das ist nämlich eine Checkliste, mit der man ganz genau weiß, wie man Real Cookie Banner einstellen muss. Also welche Schritte müssen alle gemacht werden, um Real Cookie Banner einzustellen. Ich habe übrigens, wenn du nochmal eine To-Do-Liste schriftlich brauchst, habe ich das auch alles in meinem Blogartikel nochmal runtergeschrieben. Den findest du auch in den Shownotes. Ich würde jetzt einfach diese Reihe so runtergehen, wie Real Cookie Banner das auch vorschlägt. So, jetzt seht ihr auch schon hier, der Scanner ist schon angesprungen. Da ist direkt schon, das geht automatisch. Da haben wir hier direkt schon mal einen Haken dran gemacht. Da müssen wir nur noch warten, bis der im Hintergrund gelaufen ist. Und so lange können wir die Einstellungen durchgehen und können genau einstellen, wie wir das brauchen und wie unsere Website für uns funktioniert. Da gehe ich direkt hier mal drauf, auf die Einstellungen. Ich habe ja, wie gesagt, den Wartungsmodus an. Deswegen kann ich das Cookie Banner direkt schon anstellen, obwohl ich mit der Einrichtung noch überhaupt nicht durch bin. Ansonsten stellt ihr es einfach ganz am Schluss an. Ich mache das jetzt schon mal. Da steht dann hier, Achtung, ich habe alles geprüft. Alle Informationen sind korrekt. Kann ich sagen, ja, das mache ich ja jetzt alles. Content Blocker ist mit angestellt. Und jetzt wird nochmal das Impressum und der Datenschutz ausgewählt. Das ist wichtig, dass die indexiert sind. Wenn ihr die auf Noindex gestellt habt, dann werden die hier nicht angezeigt. Jetzt könnt ihr noch sagen, werden die Services mit HTML geladen oder mit einem Google Tag Manager. Wenn ich mit größeren Agenturen zusammenarbeite, also wenn es eine SEO oder eine Google Ads Agentur gibt, die packen immer den Tag Manager noch mit drauf. Dann muss ich das hier nehmen. Ansonsten ist HTML völlig in Ordnung. Wenn keiner zu euch gesagt hat, dass ihr den Tag Manager nutzen sollt oder wenn keiner den für euch eingerichtet hat, einfach HTML nehmen. Das reicht dann für euch. Zwischendrin mal gespeichert. Und dann gehen wir direkt weiter von allgemein hier zu Einwilligungen. Für Bots akzeptieren ist okay. Do not track respektieren. Das könnt ihr an- oder ausmachen. Also das heißt, wenn jemand do not track in seinem Browser angestellt hat, dann könntet ihr das auch aktivieren. Dann wird das direkt übernommen und der kriegt das Cookie-Banner gar nicht gezeigt. Das Cookie ist 365 Tage gültig. Das ist wichtig für eure Datenschutzerklärung. Jetzt kommt es ein bisschen drauf an, was ihr eigentlich mit der Webseite macht. Das solltet ihr jetzt schon wissen. Habt ihr Tools, die Daten in den USA verarbeiten oder nicht, dann muss das jeweils aktiviert oder deaktiviert sein. Das, was ich wirklich schön finde, ist, dass hier auch direkt steht, ich müsste es mal gleich noch umstellen auf Deutsch, glaube ich, weil hier ist es noch Englisch. Hier ist es schon Deutsch. Es gibt ein Urteil und da sagt es einfach, dass man, wenn Daten in den USA verarbeitet werden, dass man direkt die Besucher darauf hinweisen soll. Also bedeutet, wenn ihr Tools nutzt, wie einen Google Kalender, wie Calendly, wenn ihr sowas nutzt, wo einfach die Server in den USA liegen oder außerhalb von Europa und dann solltet ihr das ganz, ganz dringend aktivieren. Es gibt hier noch einen Altershinweis zur Einwilligung. Also da muss nochmal stehen, Achtung, du musst über 16 sein, sonst darfst du die Cookies noch nicht mal annehmen. Das ist in Deutschland so geregelt. Ist hier ganz toll erklärt. Und das aktiviere ich auch immer, denn bei den Webseiten, die ich erstelle oder die ich für meine Kunden erstelle, da geht es ja um Webseiten, die verkaufen. Also es sind ja wirklich Webseiten, bei denen man was buchen kann oder einen Service anfragen kann oder so. Und da sollten am Ende, um so einen Dienstleister zu buchen, um so einen Coachtrainer oder Berater zu buchen, um irgendwas in diesem Shop zu kaufen, da sollte man ja dann auch mindestens 16 sein. Also kann man das immer guten Gewissens aktivieren. Dann ist die Benennung der Services in der ersten Ansicht. Das ist hier aktiviert. Ich zeige euch mal, was ich da meine. Und zwar steht hier schon direkt drin, kann man dann hier, steht hier schon direkt drin, was alles benutzt wird. Und das ist auch im Moment State of the Art. Also da gibt es, Moment, hier wieder ein, da gibt es wieder irgendwie eine Rechtsprechung oder irgendwie eine Auslegung, die besagt, dass das besonders fair für die Benutzer ist, dass die auf einen Blick sehen, was da eigentlich alles abgeht. Dann haben wir die IP-Adresse, speichern, deaktiviert und die dokumentierte Einwilligung löschen nach 120 Monaten. Das ist für mich in Ordnung, das kann ich so speichern. Geo-Restriction, ey, lasst einfach die Finger davon. Wenn ihr nicht international arbeitet, einfach nichts machen. Auch TCF und Multisite, das ist was wirklich, wenn ihr mit großen Agenturen arbeitet, wenn ihr tiefer in Online-Marketing einsteigt. Aber das braucht man für, ich sag mal, eine kleine Seite nicht. Und dann können wir nochmal zurück aufs Dashboard gehen. Dann steht hier schon direkt, dass wir die Einstellungen angepasst haben, die Datenschutzerklärungsseite verknüpft und eingestellt haben. Und jetzt können wir uns den Scanner angucken, was der gefunden hat. Da gibt es direkt hier wieder einen schönen Hinweis und ich liebe diese Hinweise, weil man die verstehen kann. Und weil hier direkt die Wissensdatenbank verknüpft ist, die kann man sich dann auch nochmal anzeigen lassen. Also was der Scanner findet, sind externe Services, Plugins und es werden einfach alle Seiten überprüft. Deswegen braucht ihr auch eine Sitemap. Also wenn ihr so ein Plugin drauf habt wie RankMath oder Yoast SEO, wird automatisch die Sitemap erstellt und dann geht das zacki zacki. Wenn ihr irgend so ein Feldwald- und Wiesen-Plugin drauf habt, mit dem keiner arbeitet, dann findet RealCookieBanner das nicht. Wenn ihr Sachen benutzt, die wirklich keine Socke hat, das findet RealCookieBanner nicht, dann schreibt die Jungs an. Meine Erfahrungen, die erstellen wirklich relativ fix die Vorlage, die ihr auch braucht. Das ist ziemlich cool. Und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, denn zum Beispiel bei E-Recht warte ich teilweise jetzt schon anderthalb Jahre drauf, dass datenschutzkonforme Alternativen zu zum Beispiel Tools wie Calendly einfach mit aufgenommen werden. Das ist für die keine Prio. Also das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein richtig geiler Service. Der Customer Support von RealCookieBanner ist Bombe. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Gefunden wurden direkt der Elementor und die Google Fonts. Das finde ich ganz gut. Da wissen wir ja direkt, was hier alles passiert. Da würde jetzt zum Beispiel noch sowas gefunden werden wie YouTube-Videos, wie also wirklich alles Mögliche. Ich zeige euch da mal eine andere Seite zu. Das hier ist jetzt ein bisschen eine komplexere Seite. Da sind auch gleich mehr Services gefunden worden. Aber nochmal zurück zu unserem Beispiel. Wir schauen uns jetzt die einzelnen Services an, die hier gescannt wurden. Und dafür erstellen wir direkt hier einen Cookie und auch, wenn es nötig ist, einen Content-Blocker. Also hier gehen wir direkt auf Erstellen. Das finde ich ganz schön, weil man es direkt aus dem Scanner rausmachen kann. Und dann kommt auch direkt wieder so ein Warnhinweis. Also diese Warnhinweise sind grandios, weil die alle, das habe ich schon in meinem Video gesagt, warum ich RealCookieBanner so toll finde und warum ich eigentlich nur noch das mitnehme oder für Kunden benutze, weil die in richtigem, echten Menschen Deutsch gesprochen und geschrieben sind. Und nicht in so einem Juristen-Bla, das keiner verstehen kann. So, also da haben wir jetzt einen Service-Konfigurator und in der Pro-Version vom Elementor, vom RealCookieBanner sind alle Sachen hier schon vorausgefüllt. Das ist richtig, richtig gut. Gut, das ist fein und da müssten wir nur noch die Datenschutzerklärung des Anbieters mit reinpacken. Und da wir hier für den Elementor was erstellen, suche ich einfach schnell die Datenschutzerklärung für den Elementor raus. Die finden wir ja meistens hier unten im Footer. Kopiere ich die raus und hier rein und speichere das. Und damit haben wir schon den ersten Service erstellt. Anhand hier von den Emojis mache ich das jetzt gerade nochmal mit euch und erstelle auch einen Content-Blocker. Denn bei den Emojis wird so ähnlich wie bei den Google-Fonts einfach nochmal was von der anderen Seite abgezogen. Da muss man hier nochmal sagen, dass man es wirklich kontrolliert hat. Das ist soweit für mich alles in Ordnung. Das speichern wir. Und jetzt schaut mal, wenn man wirklich nicht möchte, dass die Emojis genutzt werden, wenn jemand dem nicht zugestimmt hat, zum Beispiel über das Cookie-Pop-Up, dann sagen wir, okay, wir erstellen dafür hier auch noch so einen Content-Blocker. Und da ist auch schon eine Vorlage erstellt. Also es ist wirklich total einfach und leicht zu machen. Man muss das nur hier sich alles in Ruhe durchlesen, je nachdem, für was man da gerade was erstellt. Also ist das für die Emojis, ist das für YouTube-Videos, ist das vielleicht für einen Podcast, den man über Spotify eingebunden hat. Egal, was man da nutzt, einfach genau, also ein Cookie, also ein Service erstellen, genau schauen, was ist da in der Vorlage schon hinterlegt, dass man auch versteht, was man da abklickt. Gegebenenfalls nochmal einen Content-Blocker erstellen, abspeichern, wunderbar. Und dann kann das auch wirklich nur genutzt werden, wenn der Besucher sagt, ja, ist für mich in Ordnung. Das, was ich richtig gut finde, ist diese Hands-on-Herangehensweise für zum Beispiel auch die Content-Blocker. Also die Jungs von Real Cookie Banner, die wissen, es gibt Vorgaben, die arbeiten aber damit, so gut wir können. Also bedeutet für YouTube, ich gehe hier gerade mal rein, wenn jemand sagt, nein, ich möchte keine Cookies gesetzt haben, dann dürfen auch YouTube-Videos nicht einfach abgespielt werden, weil YouTube ab Sekunde 1, sobald man die Seite öffnet, einfach Daten zieht. Was können wir also machen? Wir können einen Content-Blocker erstellen und der sieht mit Real Cookie Banner so aus, als wäre da ein Video. Die machen das nämlich folgendermaßen, die machen Content-Blocker, die nicht einfach nur hier so eine Textbox sind, sondern die machen solche Hero-Content-Blocker. Die sehen aus, in dem Fall für YouTube, jetzt wie ein Videoplayer. Man kann aber zum Beispiel auch für Google Maps einfach eine Karte anzeigen oder, also ist ganz unterschiedlich. Für YouTube macht jetzt dieser Videoplayer am meisten Sinn. Und dann kann man hier einfach sagen, wie soll das gemacht werden, also Vorschaubild herunterladen und lokal ausgeben. Das bedeutet, dass das Thumbnail von YouTube einfach schon mal gezogen wird. Das wird lokal auf dem eigenen Web-Server abgespeichert und dann sieht das so aus, wie das YouTube-Video auch aussehen würde. Und es gibt hier direkt wieder einen Hinweis. Ich bestätige, dass ich die Rechte an den Inhalten habe und dass die Vorschaubilder auf meinen Server kopiert werden können, ohne das Urheberrecht zu verletzen. Das bedeutet, so wie ich das für mich mache, ich teile ohnehin nur meine eigenen Videos. Da habe ich die Rechte am Thumbnail, also am Bild. Da kann mir überhaupt nichts passieren. Da kann ich sofort sagen, ja klar, das machen wir. Und kann hier noch sagen, würde ich das Bild weich gezeichnet haben oder nicht. Finde ich richtig gut. Und dann einfach speichern, fertig. So werden einfach Vorschaubilder schon mal geladen und angezeigt. Und erst, wenn draufgeklickt wird, darf YouTube auch Daten ziehen. Und dann geht es auch erst im Prinzip los mit der Cookie-Setzerei. Jetzt gehen wir nochmal zurück hier auf unsere Checkliste. Jetzt haben wir schon ganz viel erreicht. Also wir haben das Banner installiert. Mir ist die Lizenz wieder rausgeflogen. Die muss ich gleich nochmal reinmachen. Aber gehen wir mal davon aus, wir haben es schon gemacht. Dann haben wir die Einstellungen angepasst, die Datenschutzerklärungsseite eingestellt. Wir haben gescannt und die Services hinzugefügt. Wir haben Content-Blocker erstellt und auch schon aktiviert. Und jetzt müssen wir noch das Design des Cookie-Banners anpassen. Also da gehen wir mal auf Anpassen beginnen. Und das finde ich auch grandios. Jetzt gehen wir nämlich direkt in den Customizer. Customizer, also unter Design Customizer findet man das normalerweise. Und jetzt wird man direkt durchgeleitet bis in dieses Cookie-Banner-Menü. Und in dem Cookie-Banner-Menü kann man wirklich alles einstellen, von dem man sich so vorstellen kann, dass es das gibt. Also hier gibt es erstmal Vorlagen. Da kann man sagen, erstmal wir machen das mal grundsätzlich so, wie wir das haben wollen. Also hier gibt es zum Beispiel auch was für Astra. Ich arbeite ja immer gerne mit Astra Theme. Also da könnte ich das da zum Beispiel übernehmen. Es gibt aber auch für Divi und für Avada gibt es auch. Gibt es auch nochmal welche und auch welche, die wirklich ganz minimal sind. Also einfach nur schwarz-weiß. Das ist auch super, wenn man mehrere Seiten hat und einfach so vorwärts kommen will. Ich würde jetzt aber dazu nochmal übergehen, weil ich ja mit Astra arbeite. Genau. Und dann können wir hier das grundlegende Layout einfach nochmal ändern. Also sagen wir, wollen wir einen Banner haben oder wollen wir einen Dialog haben? Das würde ich so lassen. Bei den Einwilligungsoptionen finde ich es ganz wichtig, dass beide diese Sachen ein Button sind. Denn das ist im Moment State of the Art, was so das Rechtliche angeht. Hier kann man nochmal die Datenschutzseite und das Impressum verknüpfen. Das haben wir ja schon gemacht. Bei Allgemein könnte ich jetzt die Hintergrundfarbe ändern. Also ich könnte jetzt sagen, oh, mein Branding ist irgendwie völligst abgefahren. Wir machen das mal lila. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir können die Schriftart und so nochmal ändern. Sondern ganz ehrlich, bei der Schriftart, da sage ich es euch, wie es ist. Wenn eure Kunden älter sind als 55, ey, macht die mal größer. Gebt denen nicht das Gefühl, dass die sehbehindert sind, sondern seid mal diejenigen, wo die nicht irgendwie das Handy oder den Bildschirm erstmal ein Stück weiter weghalten müssen. Und dann gehen wir hier in den Heller. Da würde ich das genau so lassen. Da gibt es nämlich hier, auch außer der Schrift, nichts groß einzustellen. Und dass die schwarz auf weiß ist, finde ich neutral genug. Und im Hauptbereich, im Body, da ist hier das erste Mal so ein kleiner Farbtupfer. Und den würde ich auf die eigene Markenfarbe anpassen. Und ich würde als Markenfarbe jetzt mal hier dieses Lila nehmen. Zack, dann ist der schon lila. Wunderbar. Und hier die Hintergrundfarbe auch lila. Und da ist das Kontrastverhältnis 6.34. Und ich zeige euch mal, was passiert, wenn das Kontrastverhältnis nicht so gut ist. Dann gibt es nämlich hier sofort einen Hinweis, dass der Kontrast höher sein muss. Also ganz schlimm ist es immer so, bei gelbem Button mit weißer Schrift, wenn da noch die Sonne drauf scheint, das kann wirklich keiner mehr lesen. Das ist hier einwandfrei. Und dann ändere ich einfach alles, was hier mit dem Blau ist, normalerweise in unserer Markenfarbe mit unserem Lila. Und auch das hier unten. Zack. Und das da auch noch. Und dann haben wir im Prinzip schon alles, das geändert, was wir jetzt erstmal im Hauptbereich brauchen. Wir haben dann noch hier unten den Futter. Und da ist die Hintergrundfarbe hier so ein Grau. Und da wir ja so ein bisschen in dem Lila-Bereich unterwegs sind, würde ich sagen, wir können da vielleicht, können wir das vielleicht so ein bisschen anpassen. So. Wunderbar. Rest bleibt. Zack. Bei den Texten, da kann man sich natürlich jetzt noch selbst verwirklichen. Ich sage es euch aber genauso, wie es ist. Da würde ich gar nichts machen. Das sind Texte, die rechtlich relevant sind. Da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und würde das einfach genau so lassen. Und dann hier im Layout kann man auch sagen, was ist die maximale Breite? Wie soll der Beschreibungstext sein? Und so. Das ist eigentlich alles ziemlich selbsterklärend. Und auch hier die Servicegruppen. Da kann man dann noch mal gucken, wie soll die Hintergrundfarbe sein. Auch da würde ich noch mal unser Lila hinterlegen, auch als Rahmenfarbe, damit es einfach irgendwie noch mal schön stimmig ist. Und der Rest passt aber für mich. auch der Speichern-Button. Da kann man noch mal gucken, soll das ein Button sein oder soll das ein Link sein? Würde ich genau so lassen. Und das hier ist noch ganz wichtig bei den Texten. Hier kann man die zurücksetzen, wenn man da mal was anderes gemacht hat. Und da kann man die auch übersetzen lassen, wenn man zum Beispiel in der WordPress eine andere Sprache eingestellt hatte. Dann sind auch die Real Cookie Banner Texte auf Englisch. Und dann kann man die hier noch mal zurücksetzen, wenn man die Sprache im WordPress geändert hat, wieder zurück auf Deutsch. Dann kann man die Texte auch zurücksetzen. Dann sind die auch Deutsch. Also super. Und man kann hier auch noch mal mobil separat einstellen, wie das da aussehen soll. Also finde ich richtig gut, dass man noch mal da drauf gucken kann. Ganz wichtig am Ende hier auf Veröffentlichen klicken. Und dann ist das im Prinzip, wenn wir jetzt hier aufs X gehen, dann sind wir wieder zurück in unserer Checkliste und haben auch das Layout vom Cookie Banner haben wir jetzt schon abgehakt. Jetzt kommen noch die Links dazu. Da gehen wir mal hier auf rechtliche Links erstellen. Denn die Website-Besucher müssen nämlich in der Lage sein, die Einwilligung noch mal einzusehen oder abzuändern oder ihre Meinung zu ändern. Und das ist relativ einfach möglich. Wenn man zum Beispiel ein Futter-Menü unten drin hat, dann kann man die einfach hier dazufügen. Zack, mit einem Klick. Dann ist das erledigt. Ich baue zum Beispiel die Futter im Moment nur noch so, dass da immer ein Futter-Menü mit drin ist. Mache ich für alle meine Kunden so. Dann kann man die zack erstellen. Dann ist schon gut. Man könnte aber genauso gut hier auch so ein Shortcode nehmen und den hinsetzen, wo auch immer man das möchte. In meinem Fall habe ich das ja jetzt über den Futter gemacht und dann zeige ich nochmal, wie das aussieht. Hier sind die Links jetzt drin. Wenn wir uns hier die Checkliste angucken, sind wir jetzt eigentlich durch. Denn ja, wir können uns nochmal die Statistik anschauen. Aber da die Webseite noch nicht freigeschalten ist, sehen wir hier gar nichts. Wie gesagt, jetzt wären wir eigentlich fertig. Aber meine Meinung sind wir nicht. Denn das, was ich jetzt empfehle, ist nochmal zurückgehen zum Scanner und nochmal gucken, was für Services werden hier benutzt. Was wird hier wirklich mit Daten gemacht? Und dann nochmal auf die Datenschutz-Text-Seite gehen und gucken, sind diese Sachen auch alle im Datenschutz-Text enthalten? Also sind diese Sachen wirklich über den Datenschutz-Text auch beschrieben? Wird da genau erklärt, was zum Beispiel der Elementor ist oder dass Emojis genutzt werden und was auch damit gemacht wird oder warum die genutzt werden? Das muss dringend noch in den Datenschutz-Text rein. Und wenn das erledigt ist und dann sind wir fertig mit RealCookieBanner einrichten. Also dann haben wir wirklich das RealCookieBanner fertig eingerichtet, haben einen super guten Datenschutz. Und für den Datenschutz-Text kann man zum Beispiel einen Generator nutzen. Ich nutze dafür im Moment eh recht. Bin damit ganz zufrieden. Nutze auch die Premium-Version. Werde das nochmal unten in den Shownotes verlinken. Da wird man ziemlich gut durchgeführt und kann auch ganz genau dann anklicken, was man nutzt und was man nicht nutzt. Dazu mache ich aber nochmal ein eigenes Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.